Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City War. Wir hatten gerade schon ein paar Probleme vor der Aufnahme, deswegen muss Z-Logs gleich nochmal seine Items holen, weil das schief gelaufen ist. Mich hat eine Giftschlange angegriffen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal rein. Wir sind wieder die ganze Stadt wie letztes Mal. Machen wir wahrscheinlich die ersten drei Folgen, auf jeden Fall zu dritt. Schwupp! Zu dritt? Zu fünft. Sind wir drin? Ja, wir sind da drin. Ich mache mich jetzt auf ein... Das fahrt irgendwo hier in die Richtung. Ich gehe Futter suchen. Ja, ich folge dir mal, auch wenn wir wahrscheinlich eh wieder Pannen kommen. Man muss halt auf mich aufpassen. Ich würde gerne angeln. Ich schnapp mir jetzt, äh, Quatsch, das was ich habe und gehe da runter und bastelt das. Ich würde gerne Kugelfische her. Ah, hier ist was Heil, was ich an der letzten Folge vorbeigekommen bin, das weiß ich noch. Ich war irgendwo hier. Wer? Ist der Löwe? Aber irgendwas genaues, hast du gesehen, wo du gestorben bist? Ne, so genau war es nicht. Ich weiß, dass es in der Nähe am Wasser war. Wo ist ein Chokoburg? Oh, hier ist eine Kuh? Oh, Kühe. Töten, töten, töten. Greifen Löwe von der Löwe von der Leine an? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man war die Drecksgiftstange. Was dann? Die Schlanggreifen an. Oh fuck. Aber die vergiften dich auch. Die vergiften. Oh, da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Weg, 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 weg. Der Schlangenzahn scheint ziemlich gefährlich zu sein. Drecksviech. Geh weg. Wir brauchen eine Ehe, bis du die abbaust. Ja. Gibt es eigentlich verschiedene Zäune oder nur den einen Standardzaun? Äh, Steinzäune gibt es so weit, ich weiß. Da muss man mal gucken und vor eingehen. Da hinten sind Kühe, aber da hinten ist noch diese Drecksschlange. Und zu der will ich nicht wieder rüber. Aber vielleicht ist beide Schlangen ja... Ja, müsste ja in der Nähe sein, ne. So weit kann ich sie ja noch nicht bewegt haben. Wo genau bist du gerade? Ähm. Ähm, ähm. Oh, hier steht das Gelenkopf. Ah, nein, da kriegst du die schon wieder. Oh, dieses Zeugs hier. Ich bin jetzt in der Nähe vom Wasser, wo ein bisschen Zuckerrohr ist. Also ich sehe den Baum noch. Ey, hier ist ein Elefant. Ich will dieses Kaninchen kehlen. So ist ein Elefant. Äh, ich sehe Zuckerrohr. Zuckerrohr? Weil die sind recht groß. Ja, hier, hier, hier. Ja, hier. Hallo. 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 Ja, da hinten ist irgendwas, Drecksvieh. Maulwurf. Wo? Der Tiger tut nichts, der Tiger tut nichts. Der Tiger tut nichts. Der Tiger tut nichts. Okay, jetzt müssen wir halt erstmal hier kurz gucken. Das wäre halt nicht so gut, wenn wir deinen Items jetzt nicht kriegen. Ja. Ist da ein Eisenschwert dabei, ne? Wo fange ich denn an mit der Farm? Ich habe jetzt mal keine... Schau mal hier in die andere Seite. Da ist die Schlange. Ja. Ja, okay. Ja, ich höre hier auch schon wieder einen Drecksvieh. Oh, da oben ist eine. Das ist eine Giftkarte. Was, hier sind mehr, wa? Ja, hier sind... Oh Gott, hier sind noch zwei unten. Äh, also es war eine braune Schlange, das weiß ich. Die mich angegriffen hat. Sind alle braun. Ja, es gibt aber auch welche, die sehen so Korallenfarben aus. Es gibt auch grüne. Ja, so rot-gelb war die, äh... Gibt's alle, hab ich vor allem gesehen. Warst du auf dem Baum oder auf dem Boden? Ich war auf dem Boden. Ich bin ja... Ich bin aber zurückgeflogen. Also ich weiß nicht, ob die Items dann auf dem Baum gedroppt sind oder ob ich einfach nur durch den Leghills so zurückgeflogen bin. War das eben... Was war es so schnell voll? Was war das auf dem Boden? Ich glaube, wir finden beide Items nicht mehr. Ja, so eine Überspinne war das. Äh, Quatsch, Schlange. Okay, schon wieder irgendwas komisches. Das ist wieder... Ich weiß halt nicht, wie weit ich gelaufen bin. Wir müssen mir die Folge dann ansehen. Aber das kann ich ja jetzt nicht. Hm. Äh, hier hinten ist wieder der Baum. Oh shit, da ist eine grüne. Schlag sie! Nee, 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 nee. Dann nimmst du sie auf und dann kannst du selber eine Spinne... Äh, das ist die Wildschweine. Die einen Ohrbrot angeht. Schon wieder verlaufen. Oh, Konrad, der Riesenbaum. Ich seh keinen Baum. Nein, es... Ja, also ich glaub, du sagst... Ja, es steck mich doch nicht so. Ja, sonst lass ich jetzt erstmal. Sonst lass das Eis jetzt mal übrig. Bis wir noch ein bisschen mehr gefunden haben. Ich hab jetzt schon ein Viech, das fliegen kann. Ja, ich auch, aber wir dürfen nicht fliegen, ne? Ja, bei der Netherdam und so. Ich hab hier... Hier waren meine... Yeah! Hier hab ich mich rüber gebaut, das weiß ich. Ich hab Pelz gefunden. Geil! Ich hab hier irgendwas komisches zum abbauen gefunden. Irgendeinen Stein, der wie Regenbogen aussieht. Loll? Bring ihn mit. Ja, ich hab ihn zum abbauen. Da müsste einer von euch herkommen. Äh, sind hier an der Kisten noch Äxte oder so? Ich hab ne Spitzhacker, aber ich weiß nicht, wo ihr seid. Äh, ich kann ja die Koordinaten mit F3 durchgeben. Ja, mach das mal. Soll ich da hinkommen oder wie, oder? Hier ist der Panther. Ja, oder ich komm zu dir. Ja, ich bin hier grad unten um die Ecke bei uns am Baum. Du bist ein Chocobo. Ich bin der Koloss, ne? Holla, dann geh ich irgendwo. Ich bin hier grad so ein bisschen am Freiräumen. In der Arm, also. Hier liegt eigentlich schon ein Räum. Ich glaub ich hab meine Items gefunden. Ja. Oder zumindest ein bisschen. Also hier liegen plötzlich sehr, sehr viele Items. Oh. Es ist nicht alles. Also mein Schwert ist zum Beispiel nicht dabei. Aber es liegt auf jeden Fall hier Dirt. Und das ist definitiv von mir. Ich hoffe jetzt mal hier auf den Baum. Ja. Ich muss mal hier ein bisschen mir die Lage abchecken hier. Hab ich da irgendwo essen? Strawberries. Blueberries. Blueberries. Ja, das ist definitiv mein Stuff. Aber mein Eisenschwert fehlt. Ich glaub das ist auch das einzige was mir jetzt fehlt. Das ist mit 100 Ameisen. Das wär natürlich jetzt klar. Das einzige was mir fehlt ist mein Eisenschwert. Ging da auch alles auf dem Boden. Kann es sein, dass Mystery das vielleicht aufgesammelt hat? Versehentlich hat er da rüber geflogen? Ne, der hat doch gar nicht gesehen wo die Items liegen. Ja, aber er ist ja direkt neben mir tippet worden. Keine Ahnung. Ja okay, sonst ein Eisenschwert ist jetzt nicht so das Drama würde ich sagen. Wow. Ist natürlich schon schade. Aber ich sag mal so ist es jetzt nicht unbedingt das uns das Genick bricht oder so. Ne, wir haben gesagt wir würden gerne aber noch ein Novaeisen gefunden. Gerade ich hab in dem letzten eine Eisenader 15 Eisen gefunden. Hier habe ich auch zwei Schokobos. Wusstet ihr, dass diese Skelette mit den speziellen Pfeilen im Grunde wie normale Skelette spawnen? Ja tun sie auch. Erzählen zu den normalen Skeletten. Ja tun sie auch. Sie haben einfach nur spezielle Pfeile. Ja. Die sind so grausam ey. Mhm. Sag mal hast du noch ein bisschen Essens gerade? Hier ist es auch. Muss ich gucken. Ich hab mir ne Zucchini oder... Ne was ist das denn? Ja egal sonst geh ich kurz zurück und rum mit da was. Ja was ist das hier? Irgend so ne Gurke oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich hab zwei Äpfel. Ja die Äpfel würde ich aber lieber für Goldäpfel benutzen. Wir haben ja noch Blueberry Muffins. Ja dann guck ich in der Kiste nach. Dann komm ich kurz zurück. Danach geh ich mich noch wieder in die... Ich muss gleich auch noch mal selbst was diensten. Ich weck ein Pfeilett vor der Tür. Ich sterbe. Das ist dieser beknackte Maulwurf. Konrad du stirbst? Zurück Maulwurf. Ich wurde von der Schlange gebissen. Oh oh. Buddel bist du vergiftet? Jetzt nicht mehr. Okay. Wie viel Herz hast du noch? Drei. Buddel, Buddel dich doch ein. Damit du von nichts anderem angegriffen wirst. Ich hab's grad friedlich hier um mich rum. Achso dann gut. Hast du Essen dabei, dass du dich regenerieren kannst? Ja. Ich sammel hier Essen. Wunderbar. Haben wir Leder? Ich hab ein Leder ja. Kann ich das haben? Ja Moment. Da hinten ist ein blauer Creeper. Oh mein Gott. Ähm. Oh sind hier diese Special Creepers bei? Wo bist du denn? Woran? Ich bin... Bist du beim Baum? Ja. Ah da oben bist du. Ganz oben. Ach da. Ja ich bin hier unten. Ja okay. Da steht ein Skelett. In der Ecke. Und ne? Da unten in der Ecke müssen wir auch rausleuchten. Die stehen auch immer welche. Tot? Da ist noch ein Creeper. Der blaue Creeper da drüben. Oh der hat mich gesehen. Hab's, hab's, hab das Skelett. Er hat mich gesehen. Das ist kein blauer. Das ist normaler Creeper. Ist das ne Textur ne? Ja ja. Das ist ein normaler Creeper eigentlich. Das ist ne Textur denk ich. Da haben die. Bitte. Okay. Dann geh ich jetzt mal wieder in die Erde. Was ist das? Warte, du darfst rumgrölen ey. Geil. Ich bin voll gefässt und fackern gemacht. Ähm nein. Ich hab dir die Kohle gegeben. Was für dunkel ne? Ich hab's aber jetzt gerade nicht gerafft, dass ich noch dabei habe. Ja. Machst du hier die Farm? Hier unten baue ich die Farm ja. Ich hab hier auch noch ein bisschen Kohle gefunden. Ich baue die auch mal ab. Ich muss nur kurz gleich nochmal abzählen. Und äh. Du schlägst das Schokobus. Ja. Boah ich brauche eigentlich ganz viel Kohle. Weil ich brauche hier unten Fackeln. Schokobus in Ruhe mein Freund. Nein. Ich stell mir jetzt schon voll toll vor hier unten ey. Hm. Okay. Ich brauche gleich erstmal Zäune. Das ich zumindest ein Getreidefeld bauen kann für das erste. Weißt du? Hm. So. Ich hab nochmal 8 Kohle. Es wird glaube ich auch schon wieder dunkel. Ja. Es wird dunkel. Ich steh hier immer noch rum. Das ist nicht so toll. Ich hab auch keinen Bock ne ganze Folge lang nur Dingens zu machen hier. Mich irgendwo einzukudeln. Ich würde mal hier in diesen Fels fahren. Einen Weg nach unten rein. Einfach mal umzugucken ob ich da nicht was finde. Nimm mal ein bisschen Kohle mit ja. Ich hab 8 Kohle schonmal ja. Ja. Ich hab hier grad so ne kleine. Oh fuck ey. Ich hab Angst hier oder ne. Ja ist gut. Und Eisen. Ne ist das Eisen? Das Text hat mir gerade nicht. Ne musst du nur aufs Item drauf. Dann steht da ja was das ist. Ich denke mal das ist Amber. Ne? Bei mich das nicht. Das hab ich gestern schon gewundert. Ich kenn das bei den Mods. Dass der Name da steht wenn du draufkuckst. Aber das hab ich irgendwie nicht. Okay also ähm. Das Eisenerz ist ja nur so ein paar braune Striche hier drin. Bei dem Amber sind so große braune Flecken drauf. Galas guck mal hinter dir. Ich hab. Wo ist denn? Schokobo. Geil. Kannst du die so reiten oder brauchst du dafür 2 und 2 Kerl oder so? Wer reitet denn da? Der Vogon reitet schon einen. Ja. Hab mir nen Sattel gemacht. Ja. Ach das ist schmack cool. Ach das ist schmack cool. Kann ich jetzt Sattel craften? Äh ihr braucht ne Feder. Die hab ich. Zwei Fäden und ein Leder. Dann habt ihr schon Sattel. Okay. Ich tu erstmal die ganzen Samen hier rein. Dass mir die keiner wegnimmt ne? Ach. Ich hab dir auch schon welche reingelegt. Jo das ist gut. Gut. Ähm. Woran? Was ist los? Ich komm mal hoch. In Schokobo kann ich schwimmen. Das ist das Problem. Tu erstmal alles rein was ich hier habe. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Irgendwann müssen wir auch Kisten sortieren ne? Ja. Äh. Wer fehlt denn jetzt eigentlich? Wer fehlt denn jetzt eigentlich? Es ist Inferno. Was ist denn los? Ich werd grad von irgend so nem mega Power Ranger Typen verkaufen. Ähm. Was bist du? Panisch auf dem Weg zum Baum. Mit einem Herzen. Ach ich seh dich seh ich seh ich. Ich komm dir mal entgegen. Siehst doch diesen Power Ranger hinter mir. Ist der noch da? Ist der noch da? Ne ich seh keinen. Ne ich seh nichts. Boah ich hab auch was zu essen. Hä? Dir ist nichts. Die Äpfel nehm ich nicht. Was ist das für ne Kohle? Ne lass ich mal lieber ne. Wir wollen da schließlich kein Risiko eingehen. Ne ne. Okay. Dann gehen wir jetzt alle ins Haus. Ein scheiß Herz ey. Boah. Einbuddeln ne. Wenn du Schaden bekommst du dich immer einzubuddeln. Ja okay. So. Ähm. Du hast noch Kohle ne? Ich hab geradeaus Kohle gefunden ja. Ja ich hab auch. Ich geb dir mal den Rest. Oder. Ja in meinem. Was hast du dir jetzt genommen? Was hab ich genommen? Äh. Konrad hast du jetzt die Kohle genommen? Die ich eigentlich. Ah doch da liegt welche. Ja. Ich schmeiß das Loch hier einfach nur zu in die Erde. Da mach ich das nicht zu. Ja das mach ich nicht dicht. Sondern einfach nur erstmal oberflächlich. Wo soll die Kohle hin? Äh. Gib dir mal Sinferno. So. Da ist er. Da. Steht rein. Danke. Bitte. Ich brauch einen Stein. Theoretisch. Ich müsste mir ne Schaufel bauen. Warte da liegt Kohle. Hm. Da. Hm. Hier fehlt ein Stück vom Baum ne. Echt? Wo? Ja. Warte. Wahrscheinlich. Hier vorne. Ach verdammt. Das ist aber ganz in der Nacht eigentlich. Das sieht. Ja das sieht trotzdem nicht schön aus ne. Ja aber wenn wir noch so einen Baum finden. Kann man das da ja mitnehmen. Ja klar. Oder wenn wir dagegen machen kriegen wir ein bisschen Holz. Ja eben. Eben. Hier hinten ist auch noch ein Loch drin. Fällt mir gerade auf. Hier sieht man die Workbench durch. So. Ich bin die Nachtöls kacke ey. Ja. Ich hab auch keine Schafe jetzt gefunden. Ich hab alles an Tieren gefunden. Nur keine Schafe. Nein ich hab eine. Ich hab eine Rolle gefunden. So. Ich mach mir nochmal ganz fixen. Ähm. Steinschwert. Damit ich mit dem Holzschwert steck gegenläufe. Äh. Oder Goldschwert. Und so krass sind die Dinger nun wirklich nicht. Ich muss mir mal ein paar Zäune bauen so. Schön dass wir nebeneinander die. Äh. Die Werkbank benutzen können. Ja. Das ist nicht irgendwie so hin und her. Ne. Das war auch schon äh. Vanilla Minecraft Song. Achso. Ja. Wusste ich nicht. Ich hab seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ja. Ich find den Himmel ja noch übertrieben schön. Ja. Ja. Kann man bei mir leider nicht. Sehen. Aber es ist ja aus dem Stickpack. Für alle die es gerne wissen wollen. Ja. Ich bin grad dabei einen Stall zu bauen. Einen Stall? Ja. Ich hab's mal keine Minecraft mehr gezogen. Schokobus. Ich hab dich nicht gehauen. Ja. 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 Und da kommt noch einen Skelett Unfall. Ja. iga Balsamnel! Ja. ástico. Ja. Ja. Der McC Essler. Ich hab da den Skorpion. Ja. Der Skorpion. Sehr schön. Statesman. Wir haben dich gerettet. Was hat er denn gedruckt? Ich glaub, da hat irgendwie ein Panzer oder so. Wir haben dich gerettet. In SpurMan. Ich glaub das ist ein Panzer oder so. Ja. Diese Außenhaut von so ein Panzer allá. name ist diese. Ja genau. Warte ich verwandle mich mal kurz, habt ihr die hier zu schauen? Das ist ein Ogre. Die Ogres sind groß und stark. Und ein Power Ranger. Mit einem Feuerpfeil. Huch. Kannst jetzt irgendwas Power Ranger mäßiges? Bei Wokon hatte ich sowieso keinen Standbild als er sich verwandelt hat. Da vorne hattet ihr auch eins aber bei denen irgendwie nicht. Also ich verbrenne erstmal... Achtung da kriecht ein Creeper rum. Da hab ich glaub ich mehr Stärke und noch irgendwas. Mein Chocobo ist weg. Chocobo. Bis. Oh da vorne sind noch viele Chocoboos. Bis. Aua. Oh das ist so schee. Oh ich hab einen Bogen. Ich bin jetzt ein Creeper. Oh keinen Bogen darf man jetzt verwenden oder ne? Ja klar. Da kämpft ein Scorpion gegen ein Skelett. Ja das bin ich das Skelett. Ah. Ey der hat voll die coole Love-Animation. Jaja. Der hat eigentlich die geile. So voll nach vorne gelehnt. Wenn es um die Ehre geht. Auf mein kleiner Freund. Ich laufe für eine bessere Zukunft. Ich wollte erstmal Blueberries. Obwohl ne die will ja Kollos anpflanzen ne. Irgendwas passiert hier. Irgendwas nicht gutes. Was? Es wird hell. Nein. Hier kommt irgendwie so ein Sound. Oh woher. Da vorne ist ein riesen Golem. Was ist das denn? Das ist ein Ogre. Wo kommt was? Hier kam gerade so ein richtig krasser Sound. Könnte ein Minecraft Sound sein. Wie so ein Wind oder sowas. Wie so ein Wind oder sowas. Als ob irgendwas. Weiß ich nicht. Oh Gott. Was Böses durchgeflogen. Ja. Leute wenn ihr als Monster verkleidet seid. Das ist echt gefährlich. Wenn ihr in meine Nähe kommt. Ja total. Vor allem wenn ihr auch keinen Namen mehr drauf bekommt. Richtig. Vielleicht sollten wir eine Regel machen. Dass wir nachts uns nicht verwandeln. Ah ja genau. Das sieht so cool aus. Ja aber trotzdem. Nachts über besser nicht. Oder uns informieren wenn wir uns verwandeln. Ich komm nicht durch die Tür. Du bist zu fett. Bereit halt der Tür stehe. Ich verwandle mich mal zurück. Sonst verbrenne ich vielleicht nicht. Kennt ihr das Twilight Forest Teil hier? Ach gibt's das hier auch? Ja. Hat ihr wieder keinen Standbild? Ne. Also bei Vorrufen haben wir das nicht. Der Twilight Forest hat auch ne anderen nochmal gemacht. Also wir haben noch kurz. Ich mag ganz los experimentieren. Alter wie sieht das denn aus? Für den Twilight Forest brauchen wir irgendwie so ein paar Blumen und Wasser und sowas. Habt ihr jetzt einen Standbild gehabt? Kurz ja. Ganz kurz. Guck mal am Baum. Was? Ach du kannst ja hochklettern. Ah. Ja kann ich auch. Ja für Twilight Forest brauchen wir die Vanillablumen. Oder Pilze. Aber es muss Vanilla sein. Oh nein Silox. Ich nehm grad Schaden aus dem scheiß Baum. Oder wer ist das? Aua. Ich mach Aua. Wer klappt denn da weh? Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Irgendjemand haut mich. Warum? Oh oh. Hä? Warum krieg ich? Hä? Ich bin tot. Ich bin tot. Weil ich merkwürdigerweise irgendwie in den Baum feststehe. Du darfst sie nicht verwandeln direkt vorm Baum in ne Spinne. Weil die Spinne ja größer ist. Nein nein ich hab mich nicht vorm Baum verwandelt. Hä? Ach du bist bei mir mitten rein gelaufen. Kann vielleicht ein Lack gewesen sein oder so. Oh nein. Tot 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 tot. Scheiße. Ich guck mal ob ich deine Atemzüge kriege. Tschüss. Das ist Koloss gestorben. Das ist nicht wir. Ähm. Das heißt ja wir müssen gleich 10 Minuten warten ne? Oder knapp 8. Ja. Dann noch 50. Laut meiner Uhr ist das auch 50 dann. Ja etwa. So. So. So ich fang schon mal mit der Aufnahme an. Sodass das zumindest schon mal läuft. Weißt du was ich mein? Ja. Dass das äh. Einfach dann nehm ich unser Geschnack noch ein bisschen mit auf. Ja. Wir warten jetzt aber bis alle wieder da sind. Ist die Folge jetzt zu Ende? Ähm. Das weiß ich gar nicht. Ne wir sind jetzt bei 19 Minuten. Also wir könnten theoretisch noch weiter. Haben noch. Ja ich wollt grad sagen. Dann lass mal was. Dann lass mal irgendwas machen. Dann muss ich eigentlich aus dem TS auch raus gehen. Oder äh. Ne ne. Hallo Skelett. Ähm. By the way. Da unten ist ein Ogre. Wo ist ein Ogre? Äh. Der verbrennt nämlich nicht. Dieses fette grüne Vieh. Ach der verbrennt nicht. Der verbrennt nicht. Und ein Skelett. So das Skelett mit Feuer fallen schwimmt im Wasser. Ja das ist äußerst blöd platziert. Ja. Habt ihr meinen K aufgesammelt? Äh. Ich krieg das irgendwie nicht. Ich krieg das auch nicht. Ich denke mal. Also ich befürchte das ist ein Baum drin. Ach. Ja aber ich baue mich hier grad sogar im Baum. Ähm. So das sind. Kannst du das irgendwie da rein? Hast du einen Fisch gefangen? Ja. Wunderbar. Ich hab grad irgendwie den Todesschreien eines Endermen gehört. Aber wo war hier ein Endermen? Ähm. Wer kämpft da? Ich versuch's. Warte warte ich hol's ich hol's von hinten. Okay. Ach danke. Warst du's jetzt? War ich's? Ne ne du warst das. Achso. Ich war noch nicht in der Nähe. Soll den Ogre mal kloppen. Meinst du es schaffen wir? Zweit? Ich heiß nicht. Wollen wir das nächste Folge mit allen zusammen machen? Ich kann auch. Ja komm. Dann lass das nächste Folge mit allen zusammen machen. Ich hol mir noch mal kurz das Zuckerrohr da hinten. Okay. Jetzt hoff ich das nicht. Da muss ich ja noch offen vor. Warte hier ist ne Hülle. Ich geh in die Hülle. Für den Fall dass ich verrecke meine Items in die Truhe legen. Der Maulwurf schwimmt im Wasser. Der ist ja lustig. Ey der ist mutig. Ja ist ein Schwimmwurf. Ja hier Lava. Was? Warum ein Schwimmwurf? Der hält sich Maulwurf weil der so ein großes Maul hat. Ich hab ne Hülle gefunden. Oder? Glaube ich. So ne Lava Hülle. Ihr Maulwurf hieß ne Hülle. Jungens. Wollt ihr mal zu mir kommen? Wo bist du? Ähm. Wir waren ja grad noch. Weißt du. Der Fluss der zu unserem Baum führt ne? Ja. Da ist ne Hülle. Ja. Hier. Direkt daneben. Du stehst zum Beispiel jetzt gerade vor mir. Ja. Ich fang noch schnell den Fisch. Wenn du dich jetzt nach links drehst. Hier bin ich. Hallo. Hallo. Hier unten ist nämlich ne Hülle. Ah. Oder sowas. Ähm. Und da würde ich mich eher ungern allein reinbegeben. Ich weiß ja nicht was das dann lauert. Okay. Der Fluss. Ja ja. Also hier ist auf jeden Fall Lava. Ach da hinten. Da sehe ich ein paar Köpfe aus dem Baum rausspringen. Ja. Hier ist ein Lava. Hier ist Lava. Nämlich. Da bewegen wir uns vorsichtig dran vorbei. Oh. Soll ich facken? Oh. Soll ich facken? Oh. Soll ich facken? Oh. Soll ich facken? Oh. Leuchten da runterpilz. Den will ich. Ja. Acht doch aber auf die Lava. Nicht dass du da reinrängst. Warte. 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 So. Äh. Aber nicht zubauen. Ach doch. Hätt das zugebaut. Aber egal. Wir haben ja noch. Ähm. Hier sind zwei Wege übrigens. Oh. Jetzt ist es dunkel. Oh. Möchtest du lieber den rechten oder den linken Weg gehen? Hm. Links. Okay. Dann gehe ich rechts. Schlechte Idee. Oh. Pilze. Ah. Nicht du meine schlechte Idee. Konnte auch niemals alleine lassen. Ja. Okay. Ich habe gerade auf den Desktop geschmissen wegen Adurst. Noch mehr Pilze. Hier geht es noch weiter. Aber die leuchten ein bisschen die Pilze. Das ist praktisch. Ich habe wieder Eisen gefunden. Bei mir geht es hier ganz. Oh. Skelett. Skelett. Ah. Aber nur ein Eis. Oh. Fuck. Hier sind Grizzlies. So wie es sich bei Konrad anhört, kam ich mal lieber zu ihm. Besser ist das. Ja. Mich darf man eigentlich nicht alleine lassen. Oh. Hier ist die Hülle zu Ende. Ich komme wieder zurück. Ach so. Hier auch. Oh gut. Hier ist. Was ist das denn hier? Copper ore? Hat einer die Fackeln genommen? Ich habe keine Fackeln genommen. Nein. Ich auch nicht. Aber hier. Was ist das? Salz? Was wir ja alles an Stuff haben. Hier unten ist die Hülle zu Ende, sagst du? Weißt du, ich budde mich mal in die Tiefe dann schon. Mach. Obwohl wir sind schon bei 23 Minuten. Das heißt, wir gehen lieber zur Stadt zurück. Damit wir dann gleich unsere Aufnahme beenden können. Okay. Ich will nur noch kurz das Erzige mitnehmen. Moment. Ich bin schon mal vorbei. Hier haben wir auch noch dieses Shimmeried Ore. Oh, das sieht aus wie Regenbogenfarben. Kann ich mir eine Eisenspitze machen? Brauchen wir es oder so? Also ja, kannst du. Ja danke. Ich würde es halt nur nicht für alles benutzen. Also sollten wir uns schon ein bisschen einteilen. Jaja. Nur ich habe jetzt schon ein paar Sachen gesehen, die ich nicht abgabe. Wieso bin ich vergiftet? Ich habe wieder Eisen. Hatte ich eine Spinne? Eine Schlange erwischt? Ich sehe eigentlich keine. Gibt es Pflanzen, wenn man darüber läuft, dass man vergiftet? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine komische Pflanze, wo ich übergelaufen bin. Ich weiß es nicht. Also in anderen Modpacks, ja. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Konrad, kommst du denn jetzt? Ja, ich finde so viele Sachen hier. Was denn? So viele Erze. Okay. Weil wir sollten uns tatsächlich beeilen, denn wir sind bei 24 Minuten und wir wollten dann nicht so ultimativ überziehen. Okay. Okay. Ich bin schon wieder draußen. Ich habe nochmal zwei Eisenerze gefunden. Das heißt also, meinen Eisenschwert könnten wir ersetzen. Kann dir eben einen Eisenschwert machen, wenn du willst. Kann ich in die Truhe legen. Ich bin gerade eh dabei. So. Ich habe mal eine Spitzhacke mehr gemacht und ein Schwert, das setze ich mal rein. Ja, wunderbar. So. So. Wir sollten uns auf jeden Fall am Bewusstsein kümmern. Ja, definitiv. Aber darauf brauchen wir eben noch eine Menge. Komm ich freck eh. So. So. Können wir hier mehr was zu essen genehmigen? Haben wir noch Berries? Oh, hier ist ein Grün. Noch drei. Eats. 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 Ich nehme jetzt einfach mal erst mal dieses Matten. Das geht ja auch. Eats. Zwei. Kupfererz habe ich. Kupfererz. Rein, Konrad. Ich habe noch Aluminiumerz. Und zweimal Eisen. Und Salz. Warte mal, wie wir damit anfangen können. Ähm, gut. Vogon, wo bist du? Äh, ich bin in der Nähe vom Baum. Okay. Wenn du rausgehst und nach rechts guckst, bin ich da auf dem Berg. Hm. Ach, da hinten, ja. Ja, ist gut. Ah! Kommst du dann auch her? Äh, ich werde gerade von so einem Walpohr angegriffen. Äh, oh. Oh. Ja, geht schon. Okay. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass die Akkursiv werden. Oh, oh. Hier ist ein Volkvorskelett. Also mein Ziel für die nächste Folge ist, mir wieder einen Chocobot zu holen. Ah, okay. Aber das wird, glaube ich, auch nicht so schön. Mein Ziel für die nächste Folge ist, es zu überleben. Ja. Okay, dann einmal da rein. So, gut. Äh, hast du eine Fackel? Ja. Kurz eine Fackel, bevor wir sind. Ja. Weil ich muss da vorne kurz was ausleuchten. Ja. Gut. Und dann würde ich sagen, alle rein und dann können wir die Folge beenden. Ja. Die Safe Zone. Gut. Dann war es das mit der zweiten Folge. Wir haben unseren ersten Todesfall erlitten. Ja. Juhu. Unseren ersten richtigen. Der Miner war ja nicht ganz legit. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis denne. Tschüss. 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 Tschüss.